Ich würde mich als unkomplizierte Person beschreiben, die gerne anderen hilft. Ich denke nicht in Hierarchien, sondern in Teams und ich bin offen und authentisch. Hier bei T-Connectivity stehen unsere Werte im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. In meiner Rolle als Betriebsleiter der ZKS in Speyer konzentriere ich mich darauf, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder respektiert und willkommen fühlt und in der die Menschen Verantwortung tragen sowie Spaß an dem haben, was sie tun. Die Automobilindustrie befindet sich in einem massiven und schnellen Wandel. So auch wir. Unsere Mitarbeiter müssen aufgeschlossen, flexibel und innovativ sein, damit wir der Entwicklung immer einen Schritt voraus sind. Wir verlangen viel von unseren Kollegen, aber TI als Arbeitgeber gibt auch viel zurück. Neben dem klassischen Karriereweg bietet TI auch die Möglichkeit der technischen Karriereleiter an. Nicht jeder Kollege möchte Mitarbeiterverantwortung haben. Daher bieten wir die Möglichkeit der Weiterentwicklung des beruflichen Aufstiegs durch inhaltliche Qualifizierung. Für uns ist es wichtig, dass es einen regelmäßigen Austausch zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten über Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Das jährliche Mitarbeitergespräch nimmt nur als formelle Zusammenfassung dessen, was im informellen Austausch besprochen wurde. Wir von der Personalabteilung stehen den Vorgesetzten dabei beratend zur Seite. TI ist bereit, in Talente zu investieren, damit man sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren kann. Meine persönliche Karriere ist dafür das beste Beispiel. Mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund und mehreren Stationen im Supply-Chain-Bereich ist es sicher nicht der klassische Karriereweg, dass ich nun für eine technisch hochkomplexe Produktionsanlage mit über 200 Mitarbeitern verantwortlich bin. Aber unser Beispiel zeigt, dass man mit einem hohen Maß an Vielfalt, nicht nur in Bezug auf das Geschlecht, sondern auch in Bezug auf unterschiedliche berufliche Fähigkeiten, ein starkes, effektives Team bilden kann. Und ich freue mich darauf, dieses Team wachsend zu sehen und aktiv mitzugestalten. Mit Produkten, welche die zukünftigen Mobilitätsvisionen real werden lassen, stellt TI Connectivity in Speyer als Teil eines weltweit operierenden Unternehmens Talente mit Fähigkeiten ein, die es ihnen ermöglichen, in eine zukünftige Karriere mit allen Möglichkeiten hineinzuwachsen. Wir freuen uns auf dich!